Unfriede. Unfriede ist das Gegenteil von Frieden. Unfriede wird auch geschrieben Unfrieden. Unfriede bedeutet Streit. Unfriede ist wie eine freundliche Form, ein Euphemismus für Streit. Man spricht das zwischen zwei Menschen. Unfriede herrscht. Unfriede als ein Zustand der Uneinigkeit, der durch ständige Unstimmigkeiten und Zerwürfnisse hervorgerufen wird. Unfriede heißt Zwietracht. Wenn du in Unfriede mit anderen Menschen lebst, schaue, ob du dich versöhnen kannst. Schaue, ob du um Entschuldigung bitten kannst. Schaue, ob du den ersten Schritt gehen kannst. Nicht immer kannst du mit allen Menschen im Frieden leben, aber es ist immer wert, es zu probieren.